Hallo ihr Lieben, ja ich habe eine Antwort erhalten, eine indirekte Antwort von Durex. Die Antwort kam eigentlich, Durex hat mir immer noch nicht geantwortet, die Antwort kam nun von DM. Sie hätten von Durex folgendes Dokument erhalten auf ihrer Anfrage und das will ich euch mal vorstellen, das ist sehr interessant. Wir kennen keinen Autor dieses Dokuments, beziehungsweise vielleicht ist es die Kontaktperson hier, Susanna Hill. Der Titel ist Support for Claims for Durex Naturals Intimate Gel Loop. Also sie wollen ihren Claim unterstützen, das war also eine Auftragsarbeit oder dieses Dokument hier wurde extra erstellt, um ihren eigenen Claim, um ihre eigene Behauptung zu stützen. Hintergrund hier, der Background ist also nochmal dieser Titel hier, es geht um diesen Support, dieser Behauptung von 2018. Prepared for Clearcast. Und das ist jetzt interessant. Wer ist Clearcast? Wir schauen uns das mal an hier. Ich bin hier auf der Clearcast Website. In a nutshell, ja, also im Kern, wer sind wir? We are best known for clearing ads. In the UK, broadcasters aren't allowed to show ads that are misleading, harmful or offensive. Also Clearcast ist eine Nichtregierungsorganisation, ich glaube auch Non-Profit, weiß ich jetzt nicht. Organisation, die eben Werbetreibende überprüft oder die Behauptungen in Werbung überprüft auf ihre Seriosität hin. Und für diese Organisation wurde dieses Paper offensichtlich erstellt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Auffällig ist hier schon mal der Claim ist, 97% of women agree, sex feels better with lube. Und in der Werbung, die ich euch eingespielt habe, heißt es ja, 91% stimmen zu. Das ist jetzt aber ein Detail, das ist nicht wichtig. Trotzdem interessiert es mich, wie sie auf die Zahlen kommen. Denn sie gehen jetzt hier auf die Studie ein, wird ja hier auch als Quelle verwendet. Das ist genau die Studie, die ich euch letztes Mal gezeigt habe. Und darin verweisen sie auf Tabelle Nummer 3. Das kann man jetzt schlecht lesen, deswegen gehe ich nochmal in die Originalstudie, Tabelle Nummer 3. Lubricants make sex feel better. Und das stimmen also, das sind jetzt Prozentangaben. Nur sehr wenige stimmen dem nicht zu. Ja, die widersprechen dem. Strongly disagree or disagree. Das ist starker oder einfacher Widerspruch. Aber agree und strongly agree, das sind die, das ist Zustimmung und starke Zustimmung. Das ist also wirklich, das sind schon sehr, sehr hohe Zahlen. Und das sind insgesamt, kommt man da ungefähr auf diese 97%. Und wir hatten ja jetzt im letzten Video gesagt, dass das jetzt eine Einzelstudie war, bei der auch die Stichprobe sehr in Frage zu stellen ist. Also die Art, wie man die Probanden gewonnen hat. Wir hatten gesagt, dass vorausgesetzt wurde schon, dass die Teilnehmerinnen bereits Erfahrung mit Gleitmittel haben. Und dass sie offensichtlich bereits positiv dem Gegenüber eingestellt sind. Und wir gehen nochmal zurück auf dieses Schreiben von Durex. Die sagen ja jetzt von dieser Tabellenzeile aus, from this we conclude the statement, 97% of women agree, sex feels better with lube, can be substantiated. Also kann gestützt werden. Die Aussage, dass 97% aller Frauen zustimmen, dass sich Sex mit Gleitmittel besser anfühlt, die kann dadurch unterstützt, gestützt werden. Ja, und jetzt liegt natürlich alles an diesem we conclude, where is we, wer ist wie, wer ist, also wir. Ich gehe jetzt davon aus, dass das natürlich Durex ist, dieses Gleitmittel herstellen. Und die entscheiden jetzt einfach, ja, aus dieser Statistik ergibt sich für uns die Schlussfolgerung, dass, und das ist jetzt natürlich ein sehr allgemeiner Satz, dass 97% aller Frauen, Klammer zu, dieser Aussage zustimmen würde. Und das ist schlicht, rein logisch, aus dieser Studie nicht abzuleiten. Wir schauen uns auch nochmal die Originalstudie an, die verhält sich da auch ein bisschen widersprüchlich. Wir gehen mal ins Abstract, ganz am Anfang. Hier steht bei den Conclusions Findings suggest that women generally feel positively about lubricants and lubricant use and prefer vaginal penile intercourse to feel more wet. Das wurde also auch abgefragt an anderer Stelle, ob Frauen es bevorzugen, wenn Vaginalverkehr eher trocken, trocken, feucht, ziemlich feucht und so weiter vonstatten geht. Und also diese Aussage stimmen fast alle zu, dass es eben eher feucht präferiert wird. Aber dass jetzt women generally, also das geht eigentlich aus dieser Studie nicht hervor und das ist natürlich der Job, auch wenn man Studien kritisch analysiert, dass man auch die Durchführenden der Studie, können natürlich auch selbst nicht ganz so astreine Schlüsse ziehen. Man muss das immer überprüfen. Jetzt bin ich da nicht der Fachmann, aber so weit reicht es noch, um sagen zu können, dass das eine kritische Aussage ist. Und an anderer Stelle bestätigen die Autoren das auch selbst, wenn wir ganz ans Ende mal gehen zu Future Research and Implications. Hier steht nämlich, also der Ausblick jetzt und was impliziert jetzt diese Studie, was lässt sich daraus ableiten, was lässt sich für die Zukunft Interessantes daraus ableiten, wo müsste aber auch noch weiter geforscht werden. Und hier steht, the current study documented that women in this sample had generally positive perceptions. Women in this sample. Und das ist genau der wichtige Punkt. Diese Gruppe, die hier jetzt untersucht wurde, bei der kam das Ergebnis heraus. Und grundsätzlich ist das in öffentlichen Diskussionen immer ein bisschen tricky. Wie geht man mit Studien um? Oft heißt es, in der und der Studie kam zu Tage und so weiter. Die Studie hat irgendwas hervorgebracht. Da muss man immer sich eigentlich die Studie direkt ansehen. Was sagt diese eigentlich tatsächlich aus? Was genau wurde da gemessen? Und mit wem? Man muss dann alles kritisch unter die Lupe nehmen. Deswegen sagt eine Studie oftmals nur sehr, sehr wenig aus. Und bei der jetzt würde man schon die Hauptkritik üben, würde ich sagen, daran eben, wie die Probandinnen gewonnen wurden. Es wäre jetzt interessant, eine ähnliche Studie durchzuführen, indem man, ich mache jetzt mal so zwei Vorschläge. Entweder den Probandinnen nur sagt, es handelt sich um eine Studie über Sexualität. Du weißt aber noch nicht, was genau abgefragt wird. Und du hast aber auch die Freiheit, wenn du dann weißt, worum es geht, lieber doch nicht daran teilzunehmen. Das aber auch, was aber auch statistisch erfasst werden würde. Dann wüssten die Teilnehmerinnen einfach vorher noch gar nicht, geht es irgendwie um Sextoys, geht es um SM-Praktiken oder sonst irgendwas. Das ist einfach völlig offen. Und wenn jetzt während der Studie gesagt würde, wir erwarten jetzt von euch, dass ihr ab sofort die nächsten zwei Monate, immer dann, wenn ihr Vaginalverkehr habt, eben Gleitmittel benutzt. Und dann wäre interessant, wie groß die Zahl derer wäre, die ohne diese Prädisposition, ohne diese Voreinstellung schon sagen würden, oh, ich habe aber gar keine Lust, das zu verwenden. Das unterbricht irgendwie das Liebesspiel und das macht es uninteressant. Ich habe hier dann mit fremden Sachen rum und so weiter. Es gibt Gründe, das auch nicht zu wollen. Die zweite Möglichkeit wäre vielleicht eine ganz offene Umfrage, wie, also unter, einfach so eine Fragebogenumfrage, unter Frauen, wie allgemein die Haltung zu Gleitmitteln ist und die Wahrnehmung in Bezug auf Gleitmitteln und inwiefern das ohnehin schon gebraucht wird. Da würden natürlich sehr viel schlechtere Zahlen oder es würde herauskommen, dass sehr viel, noch recht wenig Frauen wahrscheinlich routiniert das verwenden. Aber das kann natürlich damit zusammenhängen, dass es noch Vorurteile gibt und so weiter. Aber das wären einfach zusätzliche Instrumente, um mehr dem auf die Spur zu kommen, wie es jetzt overall in der Gesamtbevölkerung oder generell unter Frauen sich verhält. So, was will ich damit sagen? Um wirklich verbindliche, verallgemeinerte Aussagen treffen zu können, braucht man mehr Studien in mehr Varianten, die man dann als Metastudie analysieren würde und dann eben verbindlichere Aussagen treffen könnte. Und das, was jetzt hier geschehen ist, ich weiß nicht, irgendwie erinnert mich das fachlich ein bisschen an das Vorgehen von Religionen, die dann, wenn ihnen Studien irgendwie zu ihren Gunsten was beizutragen haben, sie dann zitieren, auch wenn sie für ihren Claim, für das, was sie sagen wollen, überhaupt nicht ordentlich geeignet sind. Das kenne ich nur aus religiösen Kontexten. Also wer hier ernsthaft diese Frage beantworten wollte oder diesen Claim bringt, der kann sich nicht auf diese Studie allein berufen. Das funktioniert nicht. Jetzt kannst du natürlich dich immer darauf berufen, unserer Meinung nach lässt sich das daraus ableiten. Und wenn das jetzt dieser Organisation, Clearcast oder wie sie heißen, reicht schon, das würde mich jetzt natürlich interessieren, vielleicht schreibe ich denen mal aus Spaß eine E-Mail, einfach, weil das Thema interessiert mich jetzt nicht wirklich brennend. Mich würde nur interessieren, wie die ganzen Mechanismen dahinter funktionieren. Und das ist ja auch mein Punkt, warum ich mich damit auseinandersetze, aus meiner Perspektive als Philosoph oder Philosophie-Lehrer. Und ich unterrichte ja auch oft Kafka. Und wenn es also um dubiose, halbdurchsichtige gesellschaftliche Strukturen geht, das interessiert mich einfach. Wenn jetzt im Fernsehen, in aller Öffentlichkeit oder auch in sozialen Medien so eine Aussage getätigt wird, von einem großen Konzern, der was herstellt, und du versuchst jetzt als Konsument, du sitzt da, lässt dich berieseln, und natürlich haben die auf jeden Fall das einzige Ziel, wenn sie so eine Werbung schalten, sie wollen ihr Produkt verkaufen. Und du bist jetzt der Konsument und verhältst dich irgendwie dazu. Und die wollen dich überzeugen irgendwie. Und ich hatte euch im letzten Video gezeigt, was so Mittel der Überzeugung sein können. Und ich hatte darauf verwiesen, dass es dieses Prinzip des sozialen Beweises gibt. Also du referierst auf große Gruppen, die das schon machen, und das beeinflusst Konsumenten und das Prinzip der Autoritäten. Also wenn ich als Konsument auf dem Sofa liege mit der Chipstüte und lese irgendwas von Studie und neun von zehn Frauen, dann bin ich erstmal vielleicht beeindruckt, weil das irgendwie auf eine Autorität verweist. Und wenn ich dann aber als einfacher Konsument mehr wissen möchte, was ist da jetzt der Hintergrund, wer gibt sich schon diese Mühe, ja? Das sind sehr, sehr wenige. Und ihr seht jetzt, wie langwierig das ist, bis man da überhaupt mal eine Antwort hat. Jetzt müsste ich mit denen eigentlich ins Gespräch kommen und fragen, Wie kommt ihr darauf, diese allgemeine Aussage abzuleiten aus dieser Einzelstudie mit einer höchst fragwürdigen Stichprobengewinnung? Oder mit einer höchst fragwürdigen Methode der Stichprobengewinnung. Darauf antworten die jetzt natürlich nicht mehr und ich werde es jetzt auch nicht weiter fragen. Aber der Punkt ist, letztlich kriegst du nicht wirklich so leicht befriedigende Antworten. Und trotzdem wird ja diese These jetzt millionenfach rezipiert, wahrgenommen, gesehen und es wirkt auch irgendwie in Hirnen. Und das interessiert mich halt dann als Philosophielehrer, wie sich sowas verbreitet, wie sich die Haltung dazu verändert und ob das im Hintergrund, ob die Basis wirklich seriös ist. Und meine These ist hier, ich halte es nicht für seriös, das zu behaupten. Man könnte sagen, es ist im Zuge der Meinungsfreiheit, kann natürlich Durex sagen, also wir sind der Meinung, dass sich das daraus ableiten lässt. Tja, das sind wir so meines Erachtens vielleicht in einer Grauzone, ich weiß es nicht. Schreibt selbst eure Meinung unter das Video, was haltet ihr davon? Höchstwahrscheinlich war es das jetzt auch mit dieser Durex-Geschichte, es sei denn, na mal sehen, wahrscheinlich war es das. Gut, bis zum nächsten Video, das war es für heute, euer Cyberphilosoph. Bis dann, tschüss.